die reguläre rente kennen sie eine reguläre rente mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ja ich habe es wieder einmal lesen dürfen da gab es also wieder so online artikel über das thema altersrente und da auch mit der aufmachung jetzt können sie 2024 können sie in die reguläre rente gehen und dann wurde halt dort mitgeteilt was denn eigentlich die reguläre rente sein soll meine damen und herren ja und da möchte ich einfach mal einhaken und ihnen erläutern was denn eigentlich eine reguläre rente ist ob die überhaupt gesetzlich geregelt ist ob es eine reguläre rente als rentenart einer altersrente überhaupt gibt namentlich so benannt und was ich denn tatsächlich dahinter verbirgt meine damen und herren steigen wir doch einfach mal ein in das sgb 6 das ist hier das sgb 6 und zwar können sie das nachlesen gesetze im internet und da geben sie ein slash sgb unterstrich 6 und dann kommen sie sozusagen in das sgb 6 und dann haben wir das inhaltsverzeichnis und im inhaltsverzeichnis kann man danach lesen zum beispiel was es eigentlich alles für rentenarten gibt ja und zwar im paragraf 33 steht geschrieben wir haben einmal die renten wegen alters dann die renten wegen verminderter erwerbsfähigkeit und die renten wegen todes so und bei den renten wegen alters haben wir das ist in paragraf 33 absatz 2 geregelt die regel altersrente die altersrente für langjährig versicherte die altersrente für schwerbehinderte menschen und die altersrente für besonders langjährig versicherte die altersrente für langjährig unter tage versicherte beschäftigte bergleute lasse ich mal weg denn die altersrente die wird vielleicht zehn oder 15 mal im jahr in deutschland überhaupt bewilligt also spielt auch in unserer täglichen berufspraxis so gut wie gar keine rolle wir haben die noch nie auf dem tisch gehabt sozusagen und dann gab es noch mal und dann gab es noch auslaufmodelle die altersrente wegen arbeitslosigkeit oder nach altersteilzeit arbeit und altersrente für frauen die beiden altersrenten sind aus unserer betrachtung komplett weg wir haben die schon seit jahren nicht mehr beantragen dürfen oder müssen also so sieht es aus wir haben die regel altersrente und noch dann drei alter drei andere altersrentenarten dann gehe ich einfach mal in das nichtamtliche verzeichnis zurück also sie sehen meine damen und herren da steht nichts geschrieben von einer regulären rente ja also was meint denn eigentlich reguläre rente reguläre rente ist so ein begriff der sich auch im volksmund zu breit gemacht hat dahinter könnte sich sozusagen eigentlich regulär der zugang zur regel altersrente dahinter verbergen aber auch es gibt auch andere altersrentenarten die ich auch nur regulär erreichen kann zum beispiel die altersrente verlangen ja ich versicherte und die altersrente für schwerbehinderte menschen die kann ich auch nur regulär erreichen und zwar dann gemeint ohne abschlag ja aber die regel altersrente ist in unserer betrachtung hier das synonym für die reguläre rente ja aber es gibt an sich keine reguläre rente so dann steigen wir einfach mal ein also jetzt wissen wir auch dass unter dem begriff reguläre rente der gesetzlich nirgendwo geregelt ist sich die regel altersrente im volksmund verbirgt und jetzt gehen wir mal in die regel altersrente rein ja und anspruch auf diese reguläre rente regel altersrente haben versicherte wenn sie die regel altersgrenze erreicht und die allgemeine wartezeit erfüllt haben die regel altersgrenze wird mit vollendung des 67 lebensjahres erreicht ja jetzt werden sie sagen wieso 67 ich bin doch 1960 geboren kann ich da nicht schon früher in rente gehen ja meine damen und herren der paragraf 35 sgb 6 ist die grundregel ja und die grundregel wurde für das wurde im jahr wurde praktisch zum ersten ersten 2012 eingeführt da wir aber vor dem ersten ersten 2012 noch eine regel altersgrenze von 65 jahren hatten musste der gesetzgeber vertrauensschutz maßnahmen ein einbauen und er konnte also nicht er konnte also jetzt nicht sagen alle geburtsjahrgänge ab 47 können nur noch mit 67 in rente gehen und die davor waren dann mit 65 das ging nicht das heißt also man hat hier einen stufenweisen anstieg eingebaut und das finden wir hier und zwar für die geburtsjahrgänge jahrgänge von 1947 bis 1963 im paragrafen 235 ja und da steht hier genau das gleiche versicherte die vor dem januar 64 geboren wurden ja vor dem januar haben anspruch auf die regel altersgrenze rente wenn sie die regel altersgrenze erreicht und die allgemeine wartezeit erfüllt haben zur allgemeinen wartezeit sage ich gleich noch was die regel altersgrenze wird frühestens mit vollendung des 65 lebensjahres erreicht das bezieht sich auf die geburtsjahrgänge vor 1947 und dann haben wir hier die tabellenwerte ja das können sich noch mal anschauen und da sehen sie zum beispiel versicherte die im jahr 1947 geboren wurden die haben die regel altersrente nicht mit 65 bekommen sondern mit 65 jahren und ein kalendermonat also meint mit vollendung des 65 lebensjahres und ein kalendermonat und alle diejenigen zum beispiel die 1960 geboren wurden die können die regel altersrente erst mit vollendung des 66 lebensjahres und vier kalendermonate erreichen und alle diejenigen die 1963 geboren worden sind können die regel altersrente erst mit 66 jahren und zehn kalendermonat erreichen und dann gibt es noch vertrauensschutzregelungen aber die sind aus meiner sicht schon längst abgelaufen und wir haben es nur noch mit diesen klassischen modell für die geburtsjahrgänge ab 1957 bis 63 dann mit dem anstieg bis zur vollendung des 67 lebensjahres zu tun so ist die rechtslage ja und jetzt kommt das alles entscheidende sie müssen natürlich auch die allgemeine wartezeit erfüllt haben und die allgemeine wartezeit meine damen und herren die ist in dem gesetzlichen rentenrecht hier im paragraf 50 erst einmal geregelt und zwar paragraf 50 wartezeiten die erfüllung der allgemeinen wartezeit von fünf jahren ist voraussetzung für einen anspruch auf die regel altersrente das heißt also allgemeine wartezeit heißt ich brauche nur fünf jahre ja aber was verbirgt sich hinter diesen fünf jahren meine damen und herren dann müssen wir auch mal reinschauen was das die anrechenbaren zeiten sind ja und da gehen wir ein paragraf weiter paragraf 51 und da steht drin im absatz 1 auf die allgemeine wartezeit und die wartezeiten von 15 und 20 jahren werden kalendermonate mit beitragszeiten angerechnet ganz klar ist es eine enge begriffsbeschreibung beitragszeiten und diese beitragszeiten meine damen und herren können ja nur sein für die allgemeine wartezeit beitragszeiten aus einer beschäftigung aber oder einer selbstständigen tätigkeit die rentenversicherungspflichtig ist freiwillige beitragszeiten beitragszeiten aus einer kindererziehung das heißt also sie müssen de facto nicht gearbeitet haben es reicht aus wenn sie zwei kinder haben die zum beispiel vor 1992 geboren wurden dann können sie hier schon alleine für ein kind mit 30 kalendermonaten für zwei kinder mit 60 kalendermonaten die regel altersrente erreichen weil sie ja fünf jahre wartezeit erreicht haben also fünf jahre beitragszeiten denn für 30 kalendermonate kindererziehungszeit gibt es 2,5 endgeltpunkte und das sind rentenrechtliche beitragszeiten die der gesetzgeber also die da die der bund zahlt und dafür können sie sozusagen letzten endes dann eine regel altersrente erreichen oder bekommen wenn sie natürlich das entsprechende lebensalter die regel altersgrenze erreicht haben ja meine damen und herren dann haben wir noch dann haben wir noch zum beispiel ersatzzeiten dann haben wir kalendermonate aus versorgungsausgleich kalendermonate aus rentensplitting und 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 all das kalendermonate minijob zeiten ja also wenn sie rentenversicherungspflichtigen minijob haben ist das eine pflichtbeitragszeit da zählt jeder kalendermonat wenn sie einen versicherungsfreien minijob haben werden daraus aus den endgeltpunkten die man daraus erwirtschaftet kalendermonate errechnet dann werden die auch in diese beitragszeiten mit reingenommen aber da nicht eins zu eins sondern nur anteilig und das bringt ihnen sozusagen fünf jahre wartezeit ein wehrdienstzeiten sind auch dabei oder ersatzzeiten wenn sie diese fünf jahre voll haben haben sie dann anspruch auf die regel altersrente auf die reguläre rente aber meine damen und herren nicht vergessen von alleine geht es nicht sie müssen antrag stellen sie müssen der rentenversicherung sagen hallo liebe rentenversicherung ich möchte meine regel altersrente haben und dann marschiert die rentenversicherung los und wird für sie antragsgemäß prüfen ob sie anspruch auf die regel altersrente haben reguläre rente im volksmund genannt also meine damen und herren das soll es gewesen sein jetzt habe ich ihnen erklärt was die reguläre rente ist alles andere finden sie auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel